In der Zeitung wäre es möglich. In der Zeitung wäre es möglich, zu bewegen, zu bewegen. Guck mal. Du hast doch was verarmt. Du hast doch was verarmt. Ich stehe auf. Nein, ich bin nicht. Ich stehe auf. Weißt du, ich krieg die jetzt. Halt! Das ist ein Fachball! Oh, festhalten! Also wir nehmen uns auf den Bauch und ihr legt eure Hände auf den Ball, Kopfblick nach unten. Und einfach nur mit Körperspannung auf den Luftballon. Und jetzt immer einen Arm wechselseite suchen. Und nochmal ganz kleine Bewegungen. Mit beiden Händen. Und langsam hüben. Arm nach außen. Und nach unten drücken. Kopf runter. Verlängerung der Wirbelsäule der Kopf. Genau. Und drücken. Und noch fester. Denk, ihr wollt den Ball kaputt machen. Und hier bist du mit deine Füße. Okay. Kleine Bewegungen. Zünd für die Tiefenmuskulatur. Richtig kleine Bewegungen auf den Luftballon legen. Hoch runter. Und drücken. Seiten wechseln. Erst wieder versuchen kaputt zu machen. Richtig fest runter drücken. Erst wieder versuchen kaputt zu machen. Richtig fest runter drücken. Und kleine Bewegungen auf. Hoch runter. Und lösen. Und lösen. Jetzt nicht gespannt. Das wäre dann der dritte Luftballon. Und der Hüpfchen. Also ihr dürft gerne probieren. Also ich hab die Spitzel gestroben. Das kann bei dir auch sein. Das kann bei dir auch sein. Das passiert ja nicht anhand mittlerweile. Ja dann haben wir noch fest. Ja, dass weiß ich mir nicht. Und jetzt das Beinchen rechts. Das Beinchen links hoch. Langt das Bein, langt, sodass ihr den Oberschenkel abhebt, ja, sehr schön. Hätte ich mal meinen Ball behalten. Jawohl, sehr lieb. So, und jetzt zum Abschluss noch wechselseitig. Rechte Arm, niedriges Bein. Also Elke, du hast Spitzknochen, das ist eindeutig gewesen. Und jetzt kann ich mich nicht mehr hoch. Und langsam. Und langsam. Und langsam. Und langsam. Entschedung. Und langsam. Dein, sugarf Infrastruktur in Teilsk ус Tails. Untertitelung des ZDF, 2020